In Hongkong habe ich vor einigen Monaten eine faszinierende Metropole kennengelernt, eine Stadt mit Freiheitsrechten, eine pulsierende Metropole. Wir haben mit unserer liberalen Stiftung dort ein globales Innovation Hub eröffnet, also ein toller Ort. Aber es war schon spürbar eine Spannung, es gab bereits eine Opposition, weil die dortige Verwaltung oder Regierung, kann man auch sagen, ein Auslieferungsgesetz für die Volksrepublik China oder an die Volksrepublik China beschlossen hat. Und da war schon die Befürchtung zu greifen, dass die alte Verabredung, ein Land, zwei Systeme von der KP Chinas von Peking gebrochen, mindestens relativiert werden könnte. Jetzt ist es zu einer echten Eskalation der Situation gekommen. Es gibt Repression von staatlicher Seite und es gibt auch Gewaltexzesse seitens der Opposition. Für uns ist klar, wir wollen, dass Hongkong weiter eine offene, eine liberale Metropole bleibt. Das Prinzip ein Land, zwei Systeme muss weiter gelten und Gewalt kann von keiner Seite akzeptiert werden. Unser Appell ist an die Opposition, bei den friedlichen Mitteln des Protestes zu bleiben. Dann ist Ihnen unsere Sympathie ganz sicher. Und auf der anderen Seite ist unser Appell an Peking, auf Repression zu verzichten. Kommt es zu Gewaltexzessen seitens der öffentlichen Hand, seitens von Polizei und Militär, dann müsste es eine ganz klare Antwort von Deutschland und Europa geben, dass wir das nicht akzeptieren können bei einem partnerschaftlichen Verhältnis, das wir ja eigentlich mit der Volksrepublik China wollen. In dem Fall dürften auch wirtschaftliche Sanktionen nicht vollständig und von vornherein ausgeschlossen werden. Man müsste auf das Brechen von zivilisatorischen Grundwerten auch mit einer Einschränkung von Partnerschaften reagieren können. Denn ansonsten gibt es ja keine Möglichkeit, auf diese zivilisatorischen Werte zu bestehen.